Willkommen zurück bei Killer is Dead. Dort haben wir ihn, Viktor, in seiner wahren Gestalt. Wahrscheinlich ist er noch nicht seine letzte wahren Gestalt. Man kennt solche Sachen ja gerne mal von Bösewichten. Gut, ich mach da mal das Pausenmenü weg und versuche schnellst mir diesen Affen auszurechnen. Der hat einen ordentlichen Wumms drauf. Drauf, 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 Mann, du, schnell! Ja, ab mit dem Arm. Tun Gewalt an, schnell! Zu spät reagiert, yes! Drauf, 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 drauf! Ab mit dem Arm! Haha! Oh! Ich sollte mich besser beeilen! Bleib hier, Mann! Bleib hier, Mann! Wow! Bleib hier, ich muss sie töten! Schau! 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 Das war's. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Victor besiegt. Ja, wir haben es geschafft. 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 dass er doch gläht. Was ist der Anruf? Ich bin schon wieder zurückgegangen. Die Anrufe der Anrufe wird sichergestellt. Was ist der Anruf? Der Anruf wurde in Kyoto. Der Anruf? Wires? Wires? Was ist das Wires? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Anruf. Das war der Anruf. Ich habe auch einen Namen für diesen Anruf. Ich bin der Anruf. Ich bin der Anruf. Wires. Wires. Das ist der Anruf. Ich bin der Anruf. Ich bin der Anruf. Geh das ein Wides. Ich bin der Anruf. Das war's für heute. Das war's für heute. Sollte, warum wir zwei zusammen sind? Ich habe mich verletzten, um zu essen zu essen. Ich habe mich sehr gut gemacht, und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich bin auch. Und los geht´s. Ein Stück langer Gang, von allen Seiten nicht einzusehen. Perfekt. Ninjas. Mehr Ninjas. Überraschung. Ein putziges Bärchen mit Hut und Stock. Ich habe schon bemerkt. Weihard Zombies. Die Ninjas sind. Ich habe schon gesagt. Ich habe schon gesagt. Ich habe schon gesagt. Schürt! Gebt mir alles, was ihr habt. Willkommen, Drache. Schauen wir, ob du immer noch so gut bist. Ich habe fünf Liniener mit Schriftrollen in dieser Anlage versteckt. Bringen sie mir alle. Willkommen, Drache. Mal schauen, ob du noch immer so gut bist. Kennen wir diese Person, oder? Ja, wenn du in der Hand bist, dann kannst du die Hände schicken. Wenn du die Hände schickst, dann findest du die Hände schicken. Also das Gamepad wird dann heftig an der Gegend. Da! Küsten! Leere Küsten! Schöne Gegend! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Dem Weg folgen, bitte. Hier ist zu. Für dich? Das war float, Sari. Wie ist das? Nur. Ich fühle mich, wie lange. In dem nächsten Mal, ein Samurai. Wegen, die Begleiter macht dich so gut. Ich weiß das nicht klar, was soll. Du hast mein Combo kaputt gemacht. Hast du davon? Hast du das mal bleiben hier? So und wo die anderen Schrifträume finden, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Killer is Dead. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.